Also ihr seht schon, das sind alles basic Sachen. Das ist keine Raketenwissenschaft. Aber dieses Video soll auch nicht darüber gehen, fancy Camperausbau, sondern ich möchte zeigen, wie einfach es eigentlich ist. Und wenn man keine Lust hat, so ein Auto komplett auszubauen und die Familientauglichkeit zu verlieren, naja, dann macht man es sich halt so einfach. That's it. Ahoi Leute, ich bin Atze, der Buschpirat. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar werde ich euch heute in Kürze dieses Fahrzeug vorstellen. Das ist mein Ein-Mann-Kar-Camper. Aber es handelt sich hierbei nicht um einen festen Ausbau oder ähnliches, obwohl ich alles komplett dabei habe, sondern das ist unser Familienauto. Das heißt, es ist absolut alltagstauglich und ich muss nicht irgendwelche Ausbauten rausnehmen, bevor meine Kinder mitfahren können. Ganz wichtig und das ist auch sehr, sehr, sehr spannend. Und wenn ihr wissen wollt, was ich mir so alles überlegt habe, dann viel Spaß mit dem Video. Vorne weg, wenn wir als Familie unterwegs sind, haben wir natürlich sofort keinen Platz darin zu schlafen. Da haben wir einen großen Familiencamper, Geländewagen mit Dachzelt. Könnt ihr auch mal auf meinem Kanal stöbern, da gibt es auch einige Videos darüber. Das Wichtigste werde ich euch unten mal verlinken. Könnt ihr euch mal reinziehen. Bedeutet, das ist unser Familienauto. Und der Umkehrschluss ist, dass ich natürlich keinen festen Ausbau da reinmachen kann. Denn wir müssen ja dieses Auto im Alltag nutzen, zufurt. Und deswegen ist alles extrem schnell rückbaubar, beziehungsweise gebaut habe ich eigentlich gar nichts. Also ich kann innerhalb von zwei Minuten das Auto leer machen und dann habe ich wieder ein ganz normales Familienfahrzeug, was ich komplett beladen kann. Und wenn man eben den Kofferraum nicht benötigt, dann ist mein ganzes Camping-Giraffel hinten drin. Und das heißt, ich muss gar nichts umbauen. Das finde ich nämlich persönlich ziemlich geil, denn dieses Auto steht immer ready to go bei uns vor der Wohnung. Und wenn ich Lust habe, eine Nacht draußen zu übernachten oder wenn ich auf unser Naturgrundstück fahre, um dort zu arbeiten, und ich dort dann übernachten möchte, dann steige ich in dieses Auto und habe eigentlich immer alles beladen, dass ich drin schlafen kann, dass ich mich umziehen kann, mich waschen kann, dass ich notfalls auch was zum Essen dabei habe, Trinken sowieso, ist alles ständig immer drin. Und die seltenen Male, wo ich wirklich den Kofferraum für die Familie brauche, naja, dann nehme ich halt die eine oder andere Tasche kurz raus. Eine Sache von, wie gesagt, ein, zwei Minuten und das Dings ist ready to go für die Familie. Was braucht man, wenn man im Auto übernachten möchte? Natürlich als allererstes eine Schlafmöglichkeit und die werden wir uns jetzt mal anschauen. Wie man sieht, habe ich hier drin reichlich Platz. Platz ist mir auch wichtig, dass hier nicht viel irgendwie rumsteht, was mich einengt. Ich möchte, wenn ich hier drin liege, einfach auch ein gewisses Raumgefühl haben. Und das habe ich hier. Ich kann mich hier hinten schön anlehnen, kann gemütlich hier dann noch was lesen. Und wenn ich dann müde bin, kann ich mich ausgestreckt hinlegen. Und das reicht auch wunderbar von der Länge. Ich nutze hier zum Schlafen eine ganz günstige Klappmatratze. Ich werde euch die Sachen unten auf jeden Fall verlinken. Hier Mikrofaserbettwäsche, dass die auch nicht zu viel Feuchtigkeit speichert. Ich habe hier noch einen kleinen Sommerschlafsack, weil es heute Nacht relativ kühl war. Ein Kissen hinten. Und schon ist fertig die Liegefläche. Was ziemlich cool ist, dass mein Kombi hat so eine zwei Drittel, ein Drittel Aufteilung. Und zwei Drittel sind genau die Breite von dieser Matratze. Das heißt, ich kann die Matratze hier reinlegen und kann diesen Sitz, da komme ich später noch zu sprechen darauf, in dieser Position erst mal so stehen lassen. Super gemütlich. Hier habe ich mir noch für die Matratze noch ein kleines Brett gemacht, was ich hier einfach hier oben in dieser Kopfstütze einhänge, dass ich hier eine kleine Verlängerung habe. Bräuchte ich nicht unbedingt, weil hier diese Stütze ist. Das funktioniert trotzdem. Aber gerade wenn man sich mit dem Rücken hier anlehnt, dann ist es ganz gut, dass es hier noch ein bisschen gestützt wird. Das Gute ist, eigentlich ist hiermit euer Carcamper eigentlich ja schon fertig. Weil was will man mit so einem Auto? Man will drin schlafen. Man kann drin schlafen, einfach eine Matratze rein, Bettzeug und gut ist. Diese Klappmatratzen haben den Vorteil, man kann sie so zusammenklappen, dass es auch so einen kleinen Hocker ergibt. Ist vielleicht was, wenn man Kinder hat, kann man so eine Matratze auch wunderbar verstauen, indem man sie dann in ein Kinderzimmer stellt. Dann haben die Kinder da so eine Art Sitzkissen, Sitzsofa. Wunderbar, dann geht die auch nicht groß im Weg um. Wichtig bei so einem Auto ist natürlich auch der Stauraum. Da möchte ich euch gerne drei separate Teile zeigen bezüglich Stauraum. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem ersten an. Das ist natürlich der Stauraum, was so ein Auto immer mit sich bringt. Und zwar habe ich hier so einen doppelten Ladeboden. Da habe ich ein bisschen was gebastelt. Ich habe mir hier so drei einzelne Platten gemacht. Normalerweise ist das eine große, die man hochheben kann, damit ich einfach gut hier rankomme. Ich habe hier ein bisschen Elektronikzeug dabei. Da unten habe ich Wasserflaschen. Das geht hier richtig tief runter. Da habe ich Wasserflaschen drin. Hier habe ich Essen, Töpfe und so weiter. Das geht bis dort hinten rein. Das hier kann ich auch noch hochklappen. Das ist auch noch so Zebra drin. Ich habe hier Staubfächer. Ich habe dort drüben ein Staufach. Also schon allein das, was das Auto mitbringt. Da kann man so viel reintun. Ich habe auch hier hinten, das mache ich jetzt nicht auf. Das geht ja bis hinter die Sitze. Auch noch mal in dieser Höhe Raum, wo ich eine Solarplatte drin habe. Wo ich noch andere Dinge, die ich für das Auto brauche, für CB-Funk und so weiter. Da hinten kann man so viel reinpacken. Wahnsinn. Liegt natürlich auch daran, dass die neueren Fahrzeuge keinen Ersatzreifen mehr haben. Und genau dieser Platz ist dort hinten verfügbar. Oder zusätzlich zu diesem zweiten Ladeboden. Ich weiß nicht, ich fahre jetzt seit 27 Jahren Auto. Und ich habe noch nie, noch nie einen Ersatzreifen gebraucht. Hier ist ja so ein Reparatur-Kit dabei. Wenn man einen Plattfuß hat, dann kann man da professorisch, in den meisten Fällen, seinen Reifen noch wieder flicken und weiterfahren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit diesem Auto verreise ich nicht in die Wildnis. So wie mit dem Amarok zum Beispiel. Ich bin eigentlich meistens in urbanen Gegenden oder in der Nähe davon unterwegs. Soll heißen, wenn es wirklich mal richtig blöd läuft, naja, da muss ich halt jemanden anrufen, der mir halt dann einfach hilft. Aber ist für mich kein Grund, diesen Platz zu verbrauchen, wenn man ein normales Reifen-Reparatur-Kit dabei hat. Dann, wie gesagt, hier haben wir Trinkwasser, Essen. Und das kann ja alles hier drin bleiben. Das stört ja überhaupt nicht in der Familientauglichkeit von diesem Auto. Man hat den Kofferraum dann trotzdem noch zur Verfügung, wenn man die Sachen, die drin sind, raus tut. Die zweite Verstau-Möglichkeit sind natürlich Taschen und Kisten. Ich habe mir hier so eine ganz günstige Holzkiste gekauft. Verlinke ich euch auch unten. Die habe ich so lasiert hier, dass sie so dunkel wird. Ich habe hier so Beschläge hingemacht. Und da, sage ich mal, sind so die Basic-Sachen drin. Ein bisschen Besteck, eine Tasse, was zum Kochen, da unten ein paar so Trockengerichte, dass ich immer was zum Essen dabei habe. Ein bisschen Gewürze, Ketchup, Kaffee, Mülltüten, Gas für einen kleinen Gasbrenner. Da ist so ein bisschen so Kleinkusch drin. Die Kiste kann ich natürlich auch mit nach draußen nehmen und darauf dann Sachen abstellen oder darauf kochen. Hier hinten habe ich noch mal so ein bisschen Zeva. Hier nochmal ein Gasbrenner und nochmal so ein kleiner Topf, mit dem ich Wasser heiß mache. Und dann natürlich, klar, hier eine schöne Duffelbag. Hier die von Savotta kann ich echt empfehlen. So ein robustes, geiles Teil. Super, reicht mir auch die 30 Liter, um dort drei, vier Tage unterwegs zu sein. Passt wunderbar. Hier von gestern Nacht noch hängt noch mein wunderbarer, gewachster Kulturbeutel. Der eigentlich auch in der Tasche drin ist. Aber ich habe da gesehen, ich kann da oben was hinhängen. Macht doch was her, Leute, oder? Cool, da fühlt man sich doch richtig wohl. Ja, jetzt fehlt aber noch diese dritte Möglichkeit, Sachen mitzunehmen. Den dritten Stauraum, sage ich mal. Wir haben, wie gesagt, den Ladeboden mit diesen ganzen Mulden, wo so viel reinpasst. Saugeil. Essen, Geschirr, Trinken und so weiter. Wir haben dann eine kleine Kochkiste. Wir haben dann die ganz normale Reisetasche. Und jetzt kommt nämlich Nummer drei. Und das ist ein absoluter, absoluter Game Changer. Diese Dachbox oben. Das ist mit einer der besten Anschaffungen, die ich gemacht habe. Bevor ich zeige, was da drin ist, hole ich kurz aus. Dachbox macht für mich nur Sinn, wenn man sie auch ständig montiert hat. Natürlich, optisch, naja, muss man es mögen. Spritverbrauch geht ein bisschen hoch, ist aber nicht so dramatisch, wenn man nicht mit 180 über die Autobahn heizt. Und das bin ich nicht. Ich fahre selbst mit dem Wagen maximal 120. Und dann spielt es mit dieser Dachbox gar nicht so eine große Rolle. Und warum immer drauf? Klar, ich muss die runter machen, wenn ich mit dem Boot unterwegs bin. War ich dieses Jahr leider viel zu selten. Aber ansonsten ist die immer drauf. Auch als Familienfahrzeug. Also so könnt ihr vielleicht dann euren Partner oder Partnerin ein wenig überzeugen. Und zwar gerade mit Kindern, wenn man mal an den Strand fährt, wenn man mal im Urlaub ist und also nicht campen geht, sondern vielleicht in einer schönen Ferienwohnung ist und am Strand baden geht und diese ganzen sandigen, nassen Sachen. Oder auch am Baggersee, wenn man dann mit dem nassen, kleinen Styropor-Brettern dann wieder zurück zum Auto kommt, kann man den ganzen Siff einfach da oben reinpacken. Wenn man beim Baumarkt irgendwas sperriges, irgendwie was schmutziges, ein Sack Holz oder so, zack, da oben rein, ist man beim Wandern. Vier paar schlammige Wanderstiefel oben rein, ja. Dieses Teil schluckt einfach alles weg, ja. Und ich bin total begeistert. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe früher Dachboxen gehasst. Ich habe die Leute ausgelacht, die mit diesen Särgen da auf dem Dach rumgefahren sind. Aber wieder mal ein Beispiel. Man muss Sachen auch selber ausprobieren, um dann selber bewerten zu können, ist es wirklich so kacke, wie man denkt, oder eben nicht. Und die Dachbox, ich sage es euch, Hammer. So voll ist die natürlich normalerweise nicht. Ich habe ein paar Sachen, wie ein Stuhl, eine Metallfeuerstelle, Auffahrkeile, noch so einen kleinen Beistelltisch, habe ich alles immer oben drin. Ein kleines Tarp und Stangen zum Abspannen habe ich auch dort oben drin. Aber da ist die Box ein Viertel voll ungefähr. Ich bin eigentlich gerade unterwegs zu einem Wochenende. Ich wollte noch mal zwei Nächte im Wald schlafen und habe mich jetzt eben hier getroffen mit dem Grüße an den Matze, den Outdoor Buddy, der mit mir hier die Nacht verbracht hat. Aber aus privaten Gründen muss ich leider die Tour abbrechen. Aber hier seht ihr schon, hier oben ist ein komplett gepackter Rucksack für den Wald drinnen. Hier sind Wechselklamotten drin, hier sind irgendwelche leeren Flaschen, leere Dosen. Auf der anderen Seite ist noch mein Müllsack. Das heißt, man nimmt sich so viel Raum, wenn man keine Dachbox hat. Dann müsste das ganze Zeug irgendwie noch ins Auto, auf die Sitze und so weiter. Und für mich ist bei so einem kleinen Camper das Platzangebot mit am wichtigsten. Für mich, meine Priorität. Deswegen, alles andere Zeug da oben hin. Wenn man mal längere Zeit unterwegs ist, wie der Merlin. Ach, gehen da auch mal Grüße raus, der gerade in Finnland irgendwo rumsitzt. Der ist auch mit seinem Auto carcampingmäßig unterwegs und fährt bis nach Skandinavien mehrere Wochen. Saugeil. Aber wenn man seine Videos schaut, ja, es ist halt doof, wenn es regnet. Ich komme von der Wanderung zurück, habe nasse Klamotten. Wohin damit? Naja, in die Karre. Ist doch doof. Dachbox. Nasse Klamotten, Regenklamotten. Ich kann mich kurz ausziehen, oben reinwerfen und kann einigermaßen trocken ins Auto reinspringen. Und habe auf jeden Fall diese ganze Feuchtigkeit nicht da drin. Also Dachbox, absolute Gamechanger, wenn man ein Familienauto auch zum Carcamping nutzen möchte. Wenn wir gerade beim Thema Dach sind, klar, für eine Dachbox benötigt man einen Dachträger. Ich habe hier von Thule, ich glaube irgendwie so Wingbar, Evo oder so ähnlich heißt der. Das ist so ganz ein Flacher, der auch ganz niedrig aufliegt und dann nicht irgendwie so ein großer Expeditionsträger. Finde ich mega schön, auch wenn man die Dachbox mal weg macht. Die ist von Thule hier. Die hat solche schnellen Verschlüsse. Innerhalb von zwei Minuten sind die offen und man kann sie runterlupfen. Braucht kein Werkzeug, gar nichts. Super genial. Dazu diese schlanken Träger, die auch immer draufbleiben. Finde ich richtig gut. Und wie ihr hier seht, habe ich hier eine Kederschiene. Und oben in der Dachbox ist das Gegenstück, nämlich ein Tarp. Das kann ich hier reinfädeln. Super einfach, super schnell. Ich kann das hier nach vorne abspannen. Zwei Stangen, die auch oben drin sind. Schnüre. Ich kann dann die hintere Türe öffnen und habe hier so einen kleinen trockenen Bereich, wenn es mal regnen sollte. Gerade wenn ich mich umziehe und dann mein Zeug oben reinschmeiße, das Nasse, habe ich hier immer so eine trockene Stelle. Ich möchte jetzt gar nicht weiter auf dieses System eingehen, denn da habe ich mal ein separates Video gemacht. Denn beim Amarov habe ich auch so eine Kederschiene. Und da erkläre ich alles, wie das Ganze funktioniert. Aufbau, was für Teile man braucht und so weiter. Also wenn ihr an eurem Familiencamper eine kleine Markise haben möchtet, dann schaut auf jeden Fall nach diesem Video in die Videobeschreibung. Und guckt euch das Video an, wo ich das ganz genau erkläre. Natürlich braucht so ein Camper natürlich eine autarke Stromversorgung. Ich persönlich brauche diese Stromversorgung hauptsächlich, um mein Kameraequipment zu laden. Und habe mich dazu entschlossen, eine Powerstation einfach mitzunehmen. Und diese befindet sich hier unten. Da sind so die Sachen angesteckt. Ah, hier ist das gute Stück. Das ist die Jackery Explorer 1000. Hier mit ganz normalen diesen USB-Anschlüssen, hier 230 Volt. Da komme ich gleich zu sprechen, warum ich den gerne dabei habe. Und das Teil kann ich hinten einfach hinlegen. Kann den 12 Volt Ladestecker anstecken. Vorne in den Zigarettenanzünder. Und wenn ich mit meinem Auto fahre, wird das Teil geladen. Ich habe hinten im Ladeboden noch dieses klappbare Solarpanel. Kann ich auch anstecken, wenn ich irgendwo Camp aufschlage und die Sonne scheint. Kann dieses Solarpanel schön mir aufs Dach stellen. Und des Dings lädt sich. Die Tausender wie auch die 500er sind absolut ausreichend. Man kann damit sogar einen Kühlschrank übers Wochenende betreiben. Und hat immer noch Saft. Also herrlich, herrlich. Also absolut geil, diese Teile. Liegt bei mir da hinten drin. Und ich zeige euch, was ich da noch so ganz gerne anstecke. Und zwar seht ihr hier einen kleinen Heizlüfter. Ich bin nämlich auch gerne im Winter unterwegs. Und da ist es schon mal ganz nett, bevor man dann schlafen geht oder am Morgen, wenn alles eiskalt ist. Ja, dann kann man sich so einen kleinen Lüfter anmachen. Der hat so eine kleine Stufe. Zieht dann 500 Watt. Bedeutet, rein rechnisch könnte ich den zwei Stunden mit der großen Checkery 1000 betreiben. Aber meistens reichen da schon 15 Minuten. Ein bisschen anmachen. Ja, dann fällt es einem leichter, bei Minusgraden aufzustehen. Ja, und man kann sich den Innenraum ein bisschen gemütlicher machen im tiefen Winter. Wenn wir gerade beim Strom sind, für was man eine Power Station auch nutzen kann, ist natürlich ein Kühlschrank. Ja, ich habe hier in meinem Carcamper auch einen Kompressor-Kühlschrank. Und zwar befindet der sich hier im Fußraum. Das ist Kamera-Equipment. Das fällt bei euch weg. Das heißt, ihr habt hier auch noch Staumöglichkeit auf dem Beifahrersitz. Hier. Wunderbar. Es steht einfach nur hier vorne drin. Kann man hier rauslupfen. Und Kompressor-Kühlschrank ist natürlich mega geil, weil es selbst wenn es draußen 40 Grad hat, kann man immer noch bis in die Minusgrade sein Zeug runterkühlen. Und ich muss sagen, auch diese Power Stations, junge, junge, junge. Also wenn man da so ein Wochenende im Sommer unterwegs ist, muss ich die nicht laden. Die machen das mit dem Kühlschrank komplett durch. Das ist richtig, richtig cool. Dann kommen wir zu dem Sitzplatz, der hinten noch nicht umgeklappt ist. Absoluter Luxus bei diesem Auto sind einstellbare Sitze. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf zwei klicke, dann fährt mein Fahrersitz nach vorne. Und der Superb hat so einen riesengroßen Fußraum, dass ich mir gedacht habe, das ist ja schon fast ein kleines Büro. Guckt mal an, ich sitze jetzt hier drin. Ich kann fast meine Füße ausstrecken. Ich könnte mir jetzt hier noch so eine Platte hinbauen. Dann könnte ich hier sogar noch am Laptop arbeiten. Aber dieser Platz, der reicht aus, damit ich mich entspannt umziehen kann. Das ist eigentlich das Geile hier, vor allem im Winter. Ich setze mich hier rein, habe vielleicht mein Fahrzeug 15 Minuten lang ein bisschen aufgewärmt. Ich kann mich hier im Sitzen ausziehen. Ich habe Platz und so weiter. Und dann, wenn ich mich ausgezogen habe, dann kann ich mich hier oben draufsetzen auf mein Bett und kann ganz entspannt mich in mein Bett legen. Und wenn ich nachts mal aufs Klo muss, dann kann ich mich wieder hier, zack, mich wieder hinsetzen, Schuhe anziehen, rausgehen, zurückkommen, Schuhe wieder aus. Deshalb möchte ich auch hier hinten gar nicht so viel reinstellen, dass ich eben diese Möglichkeit von diesem dritten Sitz habe. In der Nacht kann ich hier oben einen Riegel ziehen, kann das hier runterklappen und habe hier so wahnsinnig viel Platz. Also unglaublich. Ich kann hier sogar so quer drin liegen, kann meine Füße hoch, kann mich fast aufsetzen. Und dann schaut mal an, kann hier irgendwas noch hinlegen, mein Buch oder sonst irgendwas. Einfach geil. Ich bin so begeistert. Und wenn ich aufs Klo muss, zack, ja, dann Prozedere, Schuhe anziehen und raus. So Freunde, das soll es gewesen sein mit der Tour durch den Ein-Mann-Kombicamper, der aber auch ein vollwertiges Familienfahrzeug ist. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann haut mir die doch einfach mal unten in die Kommentare. Würde mich freuen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Abenteuer draußen, drinnen oder sonst irgendwo. Bis dahin. Ciao.